Obwohl Authentizität, das Echtsein doch so wichtig ist, rate ich dir in diesem Video Fake it till you make it. Fake it till you make it. Das heißt, tu so, bis es wirklich eintritt. Das ist mein Rat für alle, die sich einigermaßen unsicher fühlen, wenn sie Redeaufgaben angehen. Dabei ist das doch heute so in, zum Beispiel bei Zoom-Calls, bei Interviews. Ich sehe das auf LinkedIn oder anderen Plattformen manchmal, dass dann, also ich stelle das da schon geschlechtertypisch fest, aber bei Männern ist es auch ähnlich am stärksten, aber bei Frauen, dass sie in diesem ganzen Modus so, Mensch, wir Mädels untereinander, ha ha ha, hi hi hi, ho 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 ho, selbst Geschäftsfrauen das so machen, dass es da scheinbar, aber auch nur scheinbar nicht in echt, zum guten Ton gehört, erst mal so ein bisschen zu gackern und über Dinge zu lachen, über die es eigentlich gar nichts zu lachen gibt. Hey, schönes Wetter heute, ja ha ha ha, wenn schön, dass du da bist, ja ha ha, ha ha. Hey, schönes Wetter heute, ja und wie, schön, dass du da bist, trotzdem, trotz dieses Sonnenscheins. Das ist ja völlig in Ordnung, aber was gibt es denn da alles zu gackern? Da gibt es oft gar nichts zu gackern. Das ist nur eine Unsicherheit, die oft gleich zu Beginn rüberkommt und damit hast du dann schon ein Problem, weil die Menschen das entsprechend einordnen und sagen, ach so, ja, okay, so ist der oder die drauf. Gibt es natürlich auch bei Männern, ist auch nicht die richtige Methode, dann auf übercool, was dann viele Männer tun, zu machen. Und es ist auch ganz schlimm, so anzumoderieren, dass ich sage, ja, stell dich doch mal eben vor, was machst du, wer bist du? Fürchterlich, lass das auch, darauf gehen wir nochmal gesondert ein. Ganz grobe Unhöflichkeit, guckt euch das mal im Fernsehen an, macht das jemand? Sagt er den Talkgäste, stell sich mal eben vor, was machen sie eigentlich, wer sind sie? Ich weiß das gar nicht, ich habe keinen Bock, mich vorzubereiten. Nein, das macht natürlich jemand, der moderiert oder der den Talk initiiert. Dabei passiert das ganz typischerweise, dass viele sagen, ja, aber das ist doch authentisch. Das ist doch einfach authentisch, Mensch. So, ich muss so ein bisschen gackern, ein bisschen lachen, ein bisschen, ach, mein Mikro war wieder ausgeschaltet. Nee, ich habe doch irgendwie mit der Technik so, ach, die große Taste, die Leertaste da drücken und so. Das ist nicht authentisch, das ist einfach nicht ernst nehmen, dass die anderen Menschen mir gerade ihre Lebenszeit widmen. Wenn du das zu schätzen weißt, dass die anderen dir gerade ihre Lebenszeit widmen, dass sie sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, du hast mir was zu sagen, ich möchte dir gerne zuhören. Naja, dann bitte gib dich auch entsprechend und gib ihnen, verschwende nicht ihre Zeit, das, was du ihnen vorher versprochen hast, was sie von dir bekommen könnten und gerne noch was obendrauf. Und dazu gehört auch, dass du leichte Unsicherheiten nicht zu einem minutenlangen Obergegacker, Geschwamme und so weiter ausweitest oder die ganze Zeit an dich denkst, ja, ich konnte mich auch nicht so gut vorbereiten, das kam jetzt ziemlich plötzlich. Und so, lass das einfach alles weg, musst du gar nicht erwähnen. Ehrlich, ja, das ist in Ordnung. Wenn dich hinter einer fragt, sagst du mal, ich hatte den Eindruck, du warst gar nicht so vorbereitet. Oh ja, echt, ich habe das total verschwitzt oder ich habe jetzt gestern Abend die Anfrage gekriegt. Ist in Ordnung. Und etwas sachlich zu erwähnen auch, wenn es seinen Grund hat, dass zum Beispiel bestimmte Daten fehlen, weil du sagst, aufgrund der Kurzfristigkeit, mit der ich für diesen Vortrag angefragt wurde, kann ich jetzt nicht sämtliche statistischen Daten liefern, aber was ich ihnen zeigen kann ist, ist es auch völlig in Ordnung. Das ist auch authentisch. Das ist auch ehrlich. Du gehst ehrlich mit den Leuten um, das ist in Ordnung, das entspricht auch der Situation, ist okay. Okay, aber nicht, ja, die Daten, das müsste eigentlich, so sollte hier noch jetzt so eine Grafik kommen, die, so fürchterlich, das ist ganz schlimm. Also du erreichst vielleicht so ein Fremdschämen, vielleicht auch so ein Mitgefühl bei den Menschen, mit Leid eher, dass dann, oh Gott, ja, Mensch, wenn ich jetzt auch noch hier aussteige, dann hat er null Zuschauer, ich bleibe mal eben drin, aber du erreichst damit nichts Gutes. Das heißt, wenn du dich fragst, wie kannst du Unsicherheiten am Anfang überwinden, dann tu einfach so, als hättest du sie nicht. Mach das, mach das allein für die anderen Menschen. Das Gute ist, wenn du jetzt nicht ganz extrem, also unter massiven Schweißausbrüchen, totalen Blackout und extremen Körperzittern leidest, das ist dann nochmal ein Thema für sich, das ist ja klar, oder? Dass das wirklich extrem ist, aber nicht im Alltag so vorkommt. Kann man auch was machen, ist auch kein Problem, können wir alles überwinden. Aber wenn es das nicht gerade ist, sondern du einfach dich aufgeregt fühlst, naja, dann geh drüber weg. Weil das, was dann passiert, ist, dass das Leben dir zeigt, hey, du kannst das tatsächlich. Und dann ist das eine positive Schleife, die da entsteht. Ja, genau. Du bist erst mal drüber weggegangen, als wärst du sicher. Machst es, tust ein bisschen so. Es funktioniert. Du kannst mit den Leuten sprechen, sie hören dir zu. Du hast deine Inhalte tatsächlich parat. Und so ist das eine positive Entwicklung, die da passiert. Und irgendwann musst du es nach ein paar Minuten nicht mehr faken, sondern nur noch erleben, was wahr ist. Das entspricht der Wahrheit mittlerweile. Du hast es überwunden. Ein kleiner körperlicher Trick dabei ist nochmal, geh leicht in die Knie. Also nicht die ganze Zeit rumfedern wie ein Frosch oder ein Känguru oder so, sondern dass du einfach ganz leicht deinen ziemlich großen Bein- und Po-Muskeln, keine Beleidigung, ha, 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 ne? Große Bein- und Po-Muskeln, Rückenmuskeln können wir jetzt nicht nutzen, sonst können wir Klimmzüge nebenbei machen oder so. Oder vielleicht Liegestütze für große Brustmuskeln. Aber ansonsten sind die Bein- und Po-Muskeln ja sehr groß. Und die können damit auch Energie abbauen. Das heißt, lass sie ein bisschen arbeiten, diese überschüssige Energie, deinen Adrenalinausstoß, da ein bisschen gegen angehen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann fake it till you make it. Und ich weiß, dass du es kurz danach ja schaffen wirst. Du erlebst es auch. Und damit geht es positiv voran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.